Hallöchen Popöchen! Na ihr geilen Fischlippen! So, dann machen wir jetzt einmal weiter. Ich habe einen Bock, Alter! Oh Mann ey, guck dir mal den geilen Fuhrpark an. Ja gut, bis auf die zwei Porsche. Denkt euch die mal weg. Ja, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal einen 250er... Quatsch! Ja doch, einen 250 PS-Wägel schon brauchen, weil dann könnte ich den mal zwischendurch aufmotzen. Bevor ich jetzt irgendwelche Karren aufmotze, weiß ich nicht, ob ich mir noch was kaufen soll. So, das Rennen mit den Autos sind wir hier fahren. So, wir gehen jetzt einfach mal raus und gucken mal, was wir uns jetzt vorknöpfen an welches Rennen. So, ich schicke mal eben den langen Lademodus hier. Kann ich mir mal eben kurz mit WhatsApp... Äh, äh, ja... So, weil das lädt ja nicht ewig hier. Das ist typisch Ladesimulaten, kack und so. So, dann haben wir das nochmal gecheckt. So, Need for Speed. Endlich mal fertig mitladen. Das wäre super, ey, super. Wenn ich schon auf meiner Garage bin, aber auf eurem Server. Wurde euch das nochmal ewig zu laden, um auf eure scheiß Map zu kommen, ey. Nicht hier. Ihr habt da zu viele Effekte eingebaut, das ist das Ding. Deswegen braucht das so ewig. Aber das Spiel, äh, ne, hier, das... Ja, hm, naja. Oh, da passiert ja mal was, ey. Oh, haha. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich mir wieder irgendein, äh, nächstes Auto kaufe. Das wollte ich jetzt. Da war er weg, sah aus wie ein Taxi. Da sind wir gegen gefahren. Trollo. Wer drückwärts? Äh... Äh... Nachrichten. Du kannst es nicht allen. Wat? Robin, du kannst es nicht allen recht machen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will seine Gefühle nicht verletzen. Lass uns später darüber reden. Also, Nu, hörst du? Travis hat was für uns. Vielleicht was Großes wie beim letzten Mal, ja? Also, Ames, treffen uns später. Reden über das Problem? Ja, klar. Ich kümmere mich drum und melde mich bei dir. Cool. Bis später. Okay, Mann. Schieb deinen Hintern zur Garage. Travis ist wohl da. Und meditiert. Alles klar. Alles klar. Wir gucken uns erstmal den... So. Okay. Ähm. Mit dem streiten wir uns jetzt aber nicht rum. So. Der ist jetzt rein, um sich eine andere Karre zu suchen. Moment. Das ist eigentlich. Zack. Hier, ne? Ort auf Karte anzeigen. Ja. Äh. Äh. Ich steh da schon wieder... Ich steh doch hier. Ach so, ich muss in die Garage... Loll! So. Warum komm ich jetzt nicht rein? Okay. Versorg' auch, mach mal das anders. Spiel scheint wieder zu spinnen. Also. Machen wir das so. Komme ich auch in die Garage rein und sag' Fick dich. Back. Need for Speed. Oh. Schick. Hey. Yo. Achte auf die Balance. Fang mit der Seele an und der Körper folgt Bruder. Sieh mir die Wagen an. Immer sieht man nur die Wissenschaft. Die Konstruktion. Verbesserung. Brauchen eine Vision. Du musst ein Künstler sein. Und wie jeder respektable Künstler fangen wir innen an. Das Herz ist der Motor. Und ist das Tuning des Motors erstmal perfekt. Konzentrieren wir uns auf die Verbindung zum Asphalt. Travis hat Verbindung zu einem Spezialisten. Top Tuning Teile für die fehlenden 10%. Ich hab Nakai-san mal einen Wagen bauen sehen. Er brauchte vier Stunden nur für einen einzigen Kotflügel. Leute kamen und gingen. Die meisten erkannten nicht mal die Perfektion. Alles klar. Aber bei Nakai-san war jedes Blech ein Pinselstrich. Ein Meisterwerk. Genau aus dem Grund wird er niemals kommen. Keine Sorge. Er wird kommen. Ja. Da steht das wieder unser geiles High-Performance-Moped. So. Jetzt sind wir in der Garage und. Ja. Für diese geile Hilfsbotschaft sind wir jetzt in die Garage. Nyeh. Also fällt mir jetzt echt mal geradezu gar nichts drauf ein. Mann, 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 Mann. Wer kommt eigentlich auf solche, manchmal auf solche unnützen Videocuts? Er quatscht mir ein von irgendwelchen Millimetern an irgendwelchen Autos und irgendwelchen Motoren, wo... Äh. Hallo? Äh. Interessiert mich doch gar nicht. Die Autophilosophie des... Sounds? Naja. So. Dann wollen wir hier mal stehen. So. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Manu, übertrifft die Gimikaner-Zielpunktzahl. Okay. Das klingt doch schon mal... Das können wir doch mal machen. Jetzt gehen wir um Mischens. Mischens. Komplit. So. Wir müssen also nach unten. Ah. Hier unten ist das. Machen wir dem... Oh, schwer. Äh. Ich suche mir ja direkt mal wieder das passende aus. So. Warte mal. Ich schieb mir jetzt mal die Uhr da hin, damit ich da nicht gleich irgendwo rumgucken muss. Und teleportieren. Ja. Jetzt hab ich schon wieder ne Nachricht gekriegt. Mensch. Das ist ja schlimm heute. Jo. Mach ich gleich. Ich bin grad in der Aufnahme. I'm so sorry. So. 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 Und was ist da? Jo. Block Party. Schwer. Ken Block. Alles klar. Alles klar. Hey. Was ziehst du auf einmal so nach links rüber? Bist du krank oder was? Sky. Sky. Warte mal. So. Sag mal. Nicht was mit, Alter. Ich schwöre dir. Du bist behindert, ey. Oh. Moment. Oh. Geh doch mal raus. Da. Ey. Komm hier. Bring mal neu starten. Ich hasse das. Ich hab das beim... Ich bin bei Camillo gewesen gestern. Eigentlich hätte ich für euch was raushauen müssen. Let's play. Deswegen hab ich das heute gemacht. Also einen Tag später. Äh. So. Und auch da, äh. Musste ich sagen. Alter. What the hell? Ähm. Ja. Ihr seht dann halt der Camillo. Ne. Mittlerweile hab ich jetzt noch einen. Äh. Ne. In der Speedball drin. Äh. Der hat das auch. Dass die das so doof gemacht haben mit den Scheinwerfern. Dass du nicht erkennen kannst, ob der jetzt links oder ob der jetzt rechts ist. So. Und dann knallst du da gehen. Was ist das? Äh. Äh. Das hat ich euch ja schon mal erzählt. So. So. Guck mal, die können wir jetzt nicht versauen. Jupp. Achja. Mal klappt's. Mal klappt's noch nicht. Äh. Ich wollte eigentlich driften. Alles klar. Ja. Sicher. Wow. 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 Die Mauer ansetzt. Äh. Bin ich da schon... Hallo? Ey. Hör auf jetzt, du dumme Nusto! Du störrisches Eselau! Bin ich scheiße doch schon gefahren? halt an in den lindern ok fahr ich nochmal weg, fahr die jetzt umsonst war die ganz am anfang mal gefahren was ist denn, komm doch rum Mensch, du dumme Sau, alter tut sich das heute schwer weil, äh, the clue muss ich allerdings dazu sagen hatte ich keine Probleme mit dem Handling oder so also ich denke, man ist nur bei Need for Speed hier so, dass sie so, dass es das ein oder andere Problemchen gibt Bugs oder so ich kann mir das anders hat sich erklären weil, weil, wenn ich Gritspiele äh, wo denn hier bricht's ja die hey wenn man mal Punkte macht aber die Zeit, die läuft ja auch ab, ne komm rum auch Driftpunkte, Sky ach, du blöde Sau, du blöde Kackkarre, ey mach hinne hier ich bin auf zu kriechen wie so ein Feldfederal jawohl, komm rum hier ja, äh, der Kleifi macht auch miss boah, da brauchen wir eine schicke Kurve jetzt ey Skyline, aber der lässt sich aber wieder schwer müppeln boah nein naja aber zum Geier jetzt soll ich zwischen zwei Autos herfahren bist du behindert, ey wie sieht sich das so ein Schrott aus hier wenn ich den Kopf abhängen will dann sag ich dir da äh, äh boah, ey, ihr wisst ja beklubt, alter komm, fahr, Mann sonst hau ich den Knüppel aus dem Sack, ey äh, fahr, ho doch wieder die Kurve, ey rotenolm Alter ja, mal komm ich mit dem Ding klar oder mal wieder nicht oi 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 ja, Mann äh 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 nein nein äh hee äh 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 ehh äh der lässt sich manchmal echt leicht fahren und dann irgendwie voll schwer das ist so richtig ich glaube wir brauchen noch einen anderen performance wagen ich erschreckt nicht immer den virus auf einmal zu bringen das macht keinen spaß mehr ja toll für den arzt alter halt doch mal an da toll na toll oder knapp ich wollte nicht mit einer straße irgendwie quer stehen das ist nicht mein stil ok dann haben wir das jetzt geschafft so jetzt haben wir uns mal die nachricht von dem manuern wir haben sie im karten das war gut ich lade es gleich hoch wir haben keine zeit zu verlieren ich sehe dich im bunker ich muss unbedingt spikes gesicht sehen ok tun wir uns das mal an teleportieren schauen wir uns doch jetzt mal mit dem video an und da wir jetzt mal betreten na endlich dauert der ewig alter ja ich denke mal die need for speed server sind schon wieder auf halbmast gestellt von ea grüß dich manu alter das geht ich beworben wie geht es ich bin kennen gut gemacht kein block man das ist toll dass du da bist ja danke aber was kommt als nächstes nun es gibt da diesen taco truck auf der sechsten und die machen da diese shrimps einfach der wahnsinn kenn ist wohl kaum hier wegen der tacos ich meine ich mag ja tacos und so aber ich bin mit dem team ein paar wagen da lieber ein bisschen spaß haben statt essen macht ihr mit hey mach keine witze man hat sagt beiseite weißt du nein 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 im ernst macht macht ihr mit oh man klar machen wir mit okay das ist der plan wir hauen ab drücken auf die tube dann shrimp tacos hammer die richtige reinfolge die ich bin so happy mit mir schon start mache ich gleich mit jedem schluss Oh, what the hell? Juhu! So, alle lassen es stehen und was? Lass alles stehen und die? Ah, Amy? Und auf der Karteanzeigen? Äh, teleportiert? Ja. Aber guck mal, die geile Amy ist für uns auf Lager. Hat du? Wow! Bim-te-de-bim-te-de-bim-te-de-bim-te-de-de-bonanza! Wow! Sprintrennen! Einzelteile! Schwer! Ja. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Geschiss verkriegen. Zwei Minuten. So. Da war doch wohl der Camillo war fix unterwegs auf der Strecke. Juhu! 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 Komm schon! Keine Zeit für Spielchen. Such den Platz. Ich suche mehr. Ich habe deinen Platz. Mano! Ah! Nein! Das ist doch, Maaan! Du blöde Pissau! Ähm, sorry, aber... Ich glück nach rechts und links, Alter. Der Controller heißt, ich schalke spielen, Mann. Das ist manchmal mit der Steuerung. Ja, ja, geht nicht, wenn du sofort dreckst. Bei jedem anderen Spiel funktioniert der Controller einwandfrei. Also, ey, Mann, ey. Ja, ich bin ja schon da. Jo, bin dabei. Hi, meine Fresse, mein schöner Auto. Oh, ich schade jetzt mal aus der ersten Reihe. Ja, 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 ja. Dann kommt da dieser Hafensänger um die Ecke hier oben. Ah. Ja, der Skyliner könnte ruhig schneller sein. Irgendwann gucken, ob irgendwann mal noch ein paar Teile für das Moped gibt. Hallo! Mano, mano, mano. Woa, 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 woa! Ich kann auch nicht die gegenseitigen Fahrbahn. Wie hieße? Blaue Linie kommt da eh wieder rüber. Oh. Ja, ich will nicht die Zeit auf jeden Fall schlagen, deswegen bin ich gerade so mega voll zentriert, tanzen, konzentriert und doch. Mir geht die Pumpe gerade. Ja, ey. Ja, komm rum, komm rum, komm, komm, komm. Jawoll. Ja, 1,59. Juhu. Das war fix. Denk ich mir mal, dass wir jetzt. Na, kommt ein, oder nicht, von der Zeit, keine Ahnung. Hoffe ich noch mal. Ich kann mich natürlich auch irren, weil wir sind ja ziemlich gut durchgekommen. Ach, nee. Doch. Ja, geil. Hihihi. Schön. Achso, Amy, Moment, Schatz. Warte, ich rufe dich sofort zurück hier. Wo bist du denn?